Was das Achtung Berlin Film Festival für mich ausmacht, ist dieses unaufgeregt, glamouröse. Also das Achtung Berlin ist ein Festival, was wirklich sehr viel Liebe für die Filmschaffenden hat. Fühlt sich so ein bisschen wie Heimkino an mit anderen. Wer einmal da war, kommt auch immer wieder zurück. Mein Eindruck von Achtung Berlin war immer, dass die was wagen wollen. Politisch, aber auch lustig und ja, diese freche Art. Viele Überraschungen, viele Sachen, die ihr sonst nicht sehen würdet. Ihr findet dort Perlen und tolle Stoffe, die so gar nicht dem Klischee entsprechen. Das Besondere an Achtung Berlin ist, dass es wirklich immer Heimspiel ist. Dass man irgendwie so die Stadt auch mit im Festival spürt. Dass man irgendwie manchmal einfach kaum zwei Meter gehen kann, bis man wieder in einem neuen Gespräch ist. Der Austausch ist total auf Augenhöhe und cool. Und man fühlt sich gewertschätzt, was glaube ich nicht immer der Fall ist. Man trifft jedes Mal Leute, die man liebt. Dieses Gefühl von, wir gehen zusammen ins Kino und danach gehen wir zusammen in die Bar und tauschen uns darüber aus. Das ist immer eine wahnsinnig tolle Zeit im Jahr, auf die man sich einfach sehr, sehr freut. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, einmal da vorbeizuschauen. Das Achtung Berlin, das hat jedem was zu bieten. Das Achtung Berlin, das hat jedem was zu bieten.